Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie Ihre DNS-Anfragen im Firefox verschlüsseln können. Auch wenn inzwischen der normale Datenverkehr im Internet oftmals über HTTPS verschlüsselt ist, die normalen DNS-Anfragen, die sind immer noch unverschlüsselt. Und dass die unverschlüsselt sind, ist attraktiv für Datenschnüffler, haben wir schon in anderen Videos gezeigt, und auch für Angreifer, haben wir auch schon alles in unseren Videos gezeigt. Aber so langsam erfreut sich diese Schwachstelle einiger Aufmerksamkeit. Daher gibt es zum Beispiel im Firefox nun die Möglichkeit, die DNS-Anfragen ebenfalls über eine verschlüsselte Leitung zu schicken. Vorab das allseits beliebte Vorher-Nachher-Spiel. Das hier ist ein Windows-7-Rechner. Der ist über WLAN auf einem Raspberry Pi angemeldet. Und der Raspberry Pi schneidet gleich den kompletten Traffic mit. Den Pi, den habe ich hier. Und da läuft Wireshark drauf. Insoweit starten wir das Ganze jetzt mal. Und warten auf die entsprechenden Pakete von dem Windows-7-Rechner. Ja. Der surft dann einfach mal beispielhaft zu, nehmen wir mal, wikipedia.com. Also, Moment, warten. Seite ist nun geladen. Wir sehen hier oben, das Ganze ist verschlüsselt. HTTPS. Insoweit die Daten selbst. Die können also jetzt nicht mitgeschnitten werden. Aber eben, dass ich überhaupt auf Wikipedia zugegriffen habe, das kann der Angreifer immer noch sehen. Deswegen nochmal umgeschaltet. Auf den Raspberry Pi. Der schneidet hier noch mit. Schalten wir das Ganze ab. So, hier. Ich habe das Ganze jetzt gefiltert nach allen UDP-Anfragen oder allen Anfragen, die über den UDP-Port 53 laufen. Das ist das DNS-Protokoll. Und da sehen wir eben hier jetzt alle Anfragen, die da gelaufen sind. Also, auf dem Rechner. Da sehe ich dann unter anderem Google.com. Habe ich jetzt nicht aufgerufen. Aber wahrscheinlich der Firefox im Hintergrund. Genauso wie winscribe.com. Das ist ein Programm auf dem Windows-7-Rechner, das wahrscheinlich auch im Hintergrund lief. Aber wichtiger für uns jetzt halt, hier ist ein entsprechender Wikipedia-Eintrag. Das heißt, jemand, der den DNS-Server, also den meinen Rechner belauscht, beziehungsweise den Traffic, der kann feststellen, wo ich denn so hinsurfe. Insoweit, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, wenn wir denn können. Nun ja, jetzt der Firefox, wie gesagt, in der aktuellen Version, das kann ja schon seit einigen Versionen, der hat die Möglichkeit, diesen unverschlüsselten Traffic auch über eine verschlüsselte HTTPS-Leitung zu schicken. Dazu klicken wir hier ganz einfach auf unser Hamburger-Menü. Dann die Einstellungen aufgerufen. Da bin ich hier bei Allgemein. Da scrollen wir ganz nach unten. Da haben wir hier die Verbindungseinstellungen. Klicken wir hier auf den Einstellungen-Button. Da können wir den Proxy angeben. Gut, den brauchen wir jetzt nicht. Aber wir scrollen nochmal ganz nach unten. Denn dann haben wir hier die entsprechende Checkbox. DNS über HTTPS aktivieren. Über das Dropdown-Menü darunter kann ich dann zum Beispiel Cloudflare anwählen. Das ist der Standard. Ich kann allerdings auch benutzerdefiniert anwählen. Dann kann man eine eigene URL da eintragen. Mit Cloudflare hat Mozilla, der Entwickler vom Firefox nur Kooperation. Deswegen stehen die da als Standard drin. Aber es gibt inzwischen zum Beispiel auch einen DOH-Server. DOH steht für DNS over HTTPS. Also da gibt es schon einige Server. Google hat inzwischen auch einen. In der Beschreibung verlinkt der entsprechende Wikipedia-Eintrag. Wir können davon ausgehen, dass mit der Zeit da immer weitere Alternativen ergänzt werden, die Sie dann hier unten eintragen können über Benutzerdefiniert. Aber für mein Beispiel lasse ich jetzt einfach mal Cloudflare. Klicke also auf OK. Dann kann ich das hier wieder schließen. Also machen wir den Test nochmal. Dazu erstmal wieder Wikipedia geschlossen. Dann lösche ich mal den DNS-Cache. Dann wieder zurück zu meinem Raspberry Pi. Der wird einfach angewiesen, nochmal zu lauschen. Muss nicht gespeichert werden. So, er lauscht wieder. Hier also nochmal den Firefox. Diesmal wieder Wikipedia aufgerufen. So, das war es schon wieder. Wieder zurück. Und ja, diesmal stehen hier keine entsprechenden Einträge. Da kommen die ersten. Die sind allerdings jetzt nicht unbedingt vom Firefox, denn der verschlüsselt ja nun. Die kommen jetzt von anderen Programmen auf dem Rechner. Wahrscheinlich bleibt die Frage, ist das jetzt der ganz große Wurf? Und die Antwort dürfte Nein lauten. Aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das größte Manko an der ganzen Geschichte ist natürlich, nur der Traffic vom Firefox ist verschlüsselt. Haben wir ja gerade genau gesehen. Die anderen Anwendungen auf dem Rechner, die halten sich nicht an diese Einstellung, denn ich habe die Einstellung ja nur gerade im Firefox gemacht. Und der zweite Punkt ist, streng genommen, weil experimentell, wenn ich nun eine URL eingebe und über DOH keine richtige Antwort bekomme, also keine IP bekomme, dann geht der Firefox sicherheitshalber hin, weil er nicht weiß, weil experimentell, vielleicht funktioniert das Ganze noch nicht so rund, und dann stellt er die Anfrage dann eben nochmal über den unverschlüsselten Port 53. Also wenn ich jetzt nicht Wikipedia.org eingegeben hätte, sondern eben Wikipedia.i zum Beispiel, das gibt's dann nicht, und dann weiß der Firefox nicht, ist die URL echt, aber der Dienst funktioniert gerade am anderen Ende nicht, und insoweit wird das dann nochmal gefragt. Aber für den Fall der Fälle, dass wir uns also nicht vertippen oder ähnliches und eine Antwort kriegen, ja, dann ist auch verschlüsselt. Okay. Okay. Musik